10 wichtige Fragen zu den IBM Flash System Speicherlösungen, die sich jedes kleine und mittelgroße Unternehmen und jeder Technikleiter stellen sollte. Beantwortet von Dr. Johannes Druckhack. Warum sind Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit bei Speichersystemen so wichtig? Uns wird die Wichtigkeit von Daten innerhalb der digitalen Transformation erst dann wichtig, wenn wir uns realisieren, dass es kein Geschäftsmodell ohne Daten gibt, aber auch keine Daten ohne Geschäftsmodell. Dadurch, dass unsere Entscheidungen und unsere Prozesse immer mehr von Daten abhängig sind, sind wir auch immer mehr von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von unseren Datenlösungen abhängig. Bei Verfügbarkeit geht es nicht nur um die Zuverlässigkeit, die natürlich sehr wichtig ist, sondern Verfügbarkeit bedeutet auch, dass die Daten, die wir brauchen, immer dann zur Verfügung sein sollten, wenn wir sie brauchen. Ohne Verzögerungen, ohne Engpässe. Das Ganze führt dazu, dass wir sogenannte Enterprise-Grade Datensicherungslösungen brauchen. Wie zum Beispiel IBM Flash Systems 5000. IBM Flash Systems 5000 ist so ein Enterprise-Grade Entry-Level Datenhaltungssystem, was schnell, zuverlässig, mit einer sehr höheren Verfügbarkeit und vollkommener Skalierbarkeit ist. IBM Flash Systems bereitet Ihnen auf eine Zukunft mit digitaler Transformation vor. Das IBM Flash System 5000 bietet zuverlässige Speicherlösungen, die mit den Anforderungen Ihres Unternehmens wachsen können. Denken Sie über Ihre aktuellen Pläne hinaus mit IBM als Ihrem Speicherpartner.